Ich stehe vor offenen Bildungsmaterialien ein, weil sie sozial gerecht sind und meine Organisation und ich sind Mitglied in Bündnisfrei-Bildung, weil wir denken, dass man zusammen stärker ist. Ich denke, die Gesellschaft profitiert davon, dass wir unsere Bildungsmaterialien offen zur Verfügung stellen, insbesondere die Menschen, die finanziell so schwach aufgestellt sind, dass sie sich keine Nachhilfe leisten können, dass sie bei uns die Materialien jederzeit nachlesen und verarbeiten können. Ich denke, dass die Digitalisierung überhaupt erst einen sinnvollen Begriff von Offenheit möglich macht, weil die Kosten so stark reduziert worden sind und in dem Sinne glaube ich, dass Digitalisierung und eine digitale Gesellschaft und offene Bildungsmaterialien miteinander einhergehen. Genau genommen würde ich sogar sagen, dass eine funktionierende digitale Gesellschaft offene Bildungsmaterialien bedingt. Von der Bundesregierung würde ich mir wünschen, dass sie endlich ein Gesetz erlässt, was Open by Default ist. Das heißt, alles, was der Staat finanziert an Inhalten, muss offen lizenziert allen Bürgerinnen und Bürgern der Gesellschaft zugänglich sein. Ein solches Gesetz wäre schnell formuliert, würde nichts kosten und sehr viel Wert schöpfen. Was das ist wichtig? Untertitelung des ZDF, 2020